So, ihr sind aber wieder da, oder? Ja, bis bei mir. Gut. Dann komm. Komm, wir schon. Nicht vorwärten. Du bist doch vorgerannt. Ne, bei dir war eine Hintür zu. Ich war hinter dir. Jetzt warte einfach. Hier war Gold. Hier war Gold. Wo? Hier. Hier? Ja. Okay. Bleib hier stehen. Ich geh die Tür triggern. Ah, jetzt zieh ich doch was los. Ja, gut genug. Gut. Da. Also, links ist alles klar. Boah, die... Da war... Mein Kanal hat aber auch vor mir. Fangungskommando kommt. Sanitäter kommt. Ich sehe nichts. Achtung, hinter uns! Boah. 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 So hast du schon 10.000. Vorhin hat es mir jetzt noch nicht. Das ist nämlich ein Combo. Bist du schon wieder mit Granaten am Berg? Nein. Leute werfen. So... kommt nicht raus? Oder? Nee, wir sind ja gar nicht fertig. Hier sind noch ein paar Skelette am Rumlaufen. ich gucke ich gucke auch es sind keine mehr und unten sind wir so jetzt kann man ich komme raus ja direkt die generelle yes direkt macht den japaner muss ich eigentlich alles machen dann kann ich dafür wenn du schneller gefühlt wow animation du bist wieder vor mir ja die gehen an mir vorbei jo wow der ist geflogen ja aber da krabbelt noch einer tschüss so sniper ja ja ich habe zweiter habe ich dritte habe ich sogar mit einer 3er kombi genauso so dokument alle direkt weg so japaner um um kombi versaut sack vergiss die granaten da nicht nur eine genau zwei gut ich habe vier gib mir mein Eis her nö wo gehst du denn damit bestimmt sind wir genau hier sind wir eben hängen geblieben ja munition steht hier fett drauf können wir die kiste mal aufmachen ja sehr gut ach und hier hochziehen macht aber Aua kommst du mal da raus wer kann stöhnen lass denn nur mal eine Güte das will auch keiner stören warte direkt neben mir hier ja ja ich warte bis der Franzel kommt und der Sniper der Sniper da vorne auf dem Tor gab ja noch ein paar Dinger hier ja ja aber die für einen zu benutzen ist blöd ich hab dazu sein ok ok da ist er müsste hier nicht eigentlich irgendwo ein MG sein ich hab keine Ahnung es ist doch noch eins da wenn er da ist ja 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 ich hab's gesehen wollte gerade abdrücken da hat er dich schon getroffen das ist einfach ein Kicken auf dem Senkel ich hab ihn nicht nicht ab ihn ich brauch mich nur einmal anzugucken dann sind die Welt auch wenn man aus ja 2 Blöder ein Gedanke 1 glaube ich das war sein das ist die Fugel ja seine letzte Fugel die Zicke wohl ich glaub das ist ein Mädchen hier ist es ein G wo hier vor langer na super hätten wir mal ein bisschen früher hätten wissen müssen sollen ja hätten hätte komm ich gar nicht hoch hoch ok wo muss er hin keine Ahnung äh jo ja wo Häuser kam sehr fast nur mit dem Zeit hier aber hier kann man noch müssen töten ok komm mal zu spät dann geh ich mit der mit der Frau im Fenster gucken wie mit der Frau im Fenster gucken mal hin da bist du da bist du 6 sie ok die hier ohne Weiber steht ja 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 tipp weist straße wunderbar für die Haut auch geil also die kleinen Details hier in dem Spiel sind wir schon echt phänomenal und wir haben hier irgendwie immer dauert 10 vor 2 2 komisch nur um die ganzen ja ich sag 10 vor 2 und der Geld ja ich wollte gerade unterdrücken nicht mehr wow wir sind im Arsch der Führerbacher dann gehen wir mal zum Führerbacher 2 ich sagte doch hier sind alle uren irgendwie immer auf 10 vor 2 bis bald nach so oder nachmittag wenn man mal so hier aus dem Fenster guckt ne Stocktoos Duster ja die Mauer ist aufgezogen aber nicht eben schon festgestellt dass die Mauer weg muss ja untersuche den Hafen doch nicht schon wieder mit dem Panzer mit ja aber es geht die 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 in der zu im Peter das war die Schild sagt er und damit rücken an auf den Aufstieg auf so und noch einer kommt einer guckt sich umguckt okay alles klar Kumpel überwöhnt und wenn sie sich erlangen als Ziel betritt das Feldplatz Problem warum kommen wir in Gold die Euro die Munition ja hier in diesen Päckchen Apollini at direkt ist das so einer und wow sagst du nicht, dass die Japaner da kommt den hast du runter gemacht hier runter gemacht, der ist neben mir explodiert vor mir war auch einer nix da, Junge wie kommt er jetzt? keine Ahnung, ich stehe hier vorne da oben noch ja mal noch jetzt nicht mehr oh, wie das Spanisch, oh liebe Musik oh mon amore lass uns all never machen ich bin Fernando also bin der Mann für die Unibel gib dein Kopf her kommt da jetzt noch einer? nein das war's wie das war's wenn du den Kopf wegpatterst bevor die die wiederbeleben dann hast du eigentlich voll chilligen Modus ganz hier voll durchsteppen ohne Problem oh, eine Flag gib mir die Flag gib mir die Flag das war's okay Hotel Rage ein ganzer Panzer und nein, das wird mir noch besser aus dem Seil bei so ein Seil wenn mich auf dem Rücken zieht mit mir ja du willst immer nur was dickes im Rohr haben, ne? ja deswegen liegt die überall meine Munition und die Gegend ja ist klar wir müssen da auch hier rein, ne? äh, ja kann man hier durch? nein, kann man hier? nein, nein, nein Fotogramm sind auch irgendwie immer alle leer wie leer safe out äh, ich kam grad nicht um die Ecke ja seh ja return children ja 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 da dafür war die aussicht ist wir Lied auch wo und denn er hat doch der Nazi geisterte alles ich habe Gb der hat sich überlebt das war knapp Millimeter weiter das war ja 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 ich hab's noch leuchten gesehen ich wusste aber von da kommen sie auch noch einer ich hab mich geboten ich auch nicht aber egal uuuh mit animation er wird jetzt alles weg gerade noch so ja ich komme mir gar nicht vor hier hier ziel erreicht ja woran du das wohl gemerkt hast ich bin ich bin ich bin ich bin da unten in die Karriere wurde andere Nebel was laufen und absuchen Bisschen Böllern lassen. Miau. Uh. Noch nicht selbst was? Nö. Ammunition. Granaten. Wo? Wo sind meine Freunde? So. Was ist das? Ich meine, hier bei dir. Der ist auch wieder pennen. Ich muss nur... Wir müssen hier runter. Ich weiß nicht. Wir müssen hier runter. Munition? Ja, hier, da. Ach, du benutzt es nicht so, keine Sniper. Nein. Oh! Ey. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab Gold gefunden, Gold gefunden, Gold gefunden. Ich hab's gemerkt. Oh, was man hier alles wieder durchsuchen kann? Oh, geil. Du bist da, okay. Ja, hab mich ein bisschen umgeguckt. Wie sind die Geist? Äh, die hängen sind. Die hängen sind. Leute hängen hier. Aber du, 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 du. Ja, ich glaub, wir sind, wir sind richtig. Ah, Leute. Ah, Leute. Seen, ich hab' ich tritt einfach mal. Ich hab' ich tritt einfach mal. Ich hab' nichts gesehen. Wie wohl das gesplittert. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich hab' dir noch gesagt. Ich hätt' dir den mitnehmen sollen. Guck mal. Da an der Wand. Okay. Wie geil. Komm, Junge, du schaffst es. Ah, schaffst du nicht. Okay. Ah. Was wollen wir denn hier? Leichen. Überleichen. Überleichen. Ich erlaube es dir mal. Ich hoffe. Nee, komm her. Wo? Komm her, dann siehst du, was passiert. Geh an Telefon. Wow. Cool, le? Ja. Die Beleuchtung, ey. Ja, ich helfe dir bei deinen Achievements. Nicht so wie du. Nicht so wie du. Wie du. Sind. Das ist ein Telefon. Wie ganz gut? Hier steht auch einer. Ja, du. Wie ist das nicht? Ich. Du stehst da. Fall um. Ja, passt. Oha. 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 Munition, 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 ich brauch Granaten. Ja, Granaten brauch ich auch. Obwohl Granaten nicht voll, ich brauch Minen und Dönamid. Dönamid. Dönamid, Dönamid. Das ist die Leise mal. Ja, das ist deine Schuld. Oh mein Gott. Äh. Gib ihn hier ab. Das sind wir. Siehs, da hängst du. Okay. Hier hängst du. Neues Ziel, schließt sich uns an. Äh, was? Scheiß nicht. Ich werd abgeschossen. Weg, 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 weg. Wie du wirst abgeschossen? Ja. Krieg da. Ja, bei mir im Gang. Wow. Hä? Ach, neben mir waren Zombies. Ähm. Ich kann nicht grad irgendwie nicht retten. Außerhalb. Ich kann. Ja, ich mach den hier. Ich komme. Komm, 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 komm. Der ist hinten da in dem Gang wieder wo wir, äh, wo uns geleistet sind. Weg, lauf. Weg, lauf. Oh, ja, hat mich Zombies vom Leib. Ich mach jup. Ich mach jup. Ich mach jup. Ich mach jup. Lauf, 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 drauf. Da, da kommt jetzt um die Ecke. Wo, 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 wo. Sauber. Äh. 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 Hä? Äh. 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 Der den Arschritt. Warum nicht? Äh. 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 Da kamen wir. Äh. Äh. Noch eine andere dritte. Hab die dann hochhören? Keine Ahnung, aber das ist bestimmt so ein kleines Easter-Code oder so. Kommt zu sein. Bitte mal, der knallt nach den anderen ab. Ach ne, ich bin ja schon tot. Hast du mich abgeknallt? Nein. Okay. Ich bin ja schon tot. Kann man nicht abknallen? Nö. Ich bin dann zappeln, ey. Du bist auch irgendwie durch ein Schutzschild oder so. Ich werde immer gequält. Wieso werde ich gequält? Keine Ahnung, aber ich will, dass ich es jetzt wissen. Also wenn es einer weiß, mal bitte unten reinschreiten. Oh, komm mal gehen. Was denn? Was denn? Das Büro des Führer Bukasch. Äh. Entschuldigung. Zeig mit dem Finger. Da. Da wo das Kreuz ist. Dem Schnappbacke. Und fertig! Ja, jibijay. Ich frag mich trotzdem jetzt was da war. Wieso konnte man dich nicht abknallen, aber alle anderen schon. Und dann stand die auf einmal da und dann konnte man die wegtreten oder erschießen und dann hat man die so gelutet und dann äh, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung. Ich hab mich nur gefragt, wo mich nicht aus dem Kaufhaus kam. Shopping sucht die. Ja. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.